WM Quali Asien. Erste Runde. Loas gegen Bangladesch. Loas verlor das Hinspiel gegen Bangladesch 1 zu 0. Rückspiel Bangladesch 1 zu 0 Führung. Müssen nur unentschieden spielen und das tun sie. Sie spielen 0 zu 0. Also sie sind durch das Hinspiel nicht für weitergekommen. Sie mussten auch nicht nach vorne spielen. Also man muss einfach mal sagen, es war schlau, dass sie die Führung einfach, sie wollen uns einfach wieder die Zeit bringen. Seien wir jetzt mal ganz ehrlich. Sie haben Hinspiel verdient gewonnen, Rückspiel dreckig gespielt, aber gewonnen. Also im Gesamtergebnis gewonnen. Das Rückspiel natürlich nur unentschieden gespielt, aber gewonnen. Und eine kurze Info, das Spiel Sri Lanka-Marsau wurde abgesagt, sprich darüber können wir noch nicht reden. Würden wahrscheinlich noch ein Nachholspiel geben. Deswegen Glückwunsch an Bangladesch.